Nein, 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 nein. Manchmal will meine Maus nicht. Wo ist er denn? Oh, hier ist noch ein Bike. Da ist ein Klamotten-Shop. Ah, da, Date mit der Köchin und da war ein Gummiband. Ah, klettern. Achso. Okay. Äh. Wie kam ich denn nochmal hoch? Och, Kea, nerv nicht. Ja, ich hab versagt. Machst du gleich nochmal. Was muss ich denn, was muss ich denn nochmal drücken? R oder, eine Leertaste ist ja Runterspringen oder E? Boah, was hat das für ein Ton? Dr. Watts. So. 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 So geht's auch viel schneller. Ich glaube, so geht's noch schneller. Oh, zack. Na, wo kommen noch welche? Zack. Hehehehe. Na, kommt doch her, Killies. Zack. Na, da kommt der nächste. Tschüss. Zack. Voll auf die Nüsse gezwiebelt. Da kommen die nächsten zwei und da hinten kommt noch einer. Zack. Oh, ey. Kann ich nicht gebrochen. So. Haben wir's jetzt endlich? Ja, das ist wahrscheinlich es. Habe mehr Kaffee. Ich fühle mich nicht gut. Oh, ich hätte besser gehen. Geschafft. Geil. Oh, nein! Die Vision sind zurück! Geh zurück, faule Fiend! Oh! Komm schon, Gorgeous! In der Zeit zeige ich dir, was ich weiß über Chemie. Haha! Und ein bisschen Biologie. Hahaha! Oh, nein. Ich will's gar nicht wissen. Wie konnte die ihm jetzt 50 Dollar geben? Gute Frage. Gute Frage. Nächste Frage. Ist ja auch egal. Glaubst du, ich hab mein Geld verdient. So, next tier. Ring, 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 ring. Wir klauen jetzt das Fahrrad. Da hinten blinkt was. Ne, das ist uninteressant. Aua! Aua! So, da hinten haben wir das nächste Ziel. Mal gucken was wir da hinten jetzt haben. Ich will hoffen, das geht jetzt nicht weg, wenn wir da jetzt unterwegs sind. Kommen wir da nicht etwas schneller hin? Ne, das Wasser? Naja. Ist auch egal. Wir haben mein Fahrrad hier. So, Radl, Radl, Radl. Ich radel mit meinem Rad. Radl, Radl, Radl. Hoffentlich ist das noch bis 10 Uhr da. Weil ich nicht weiß, wo es ist. Ach, hier vorne auf Eck. Ne, die helfe ich nicht. Du bescheißt mich doch alle nur hier. Was haben wir denn hier? Das Wunder in der Bulf... Bulfbotsuite, okay. Ah, der Weihnachtsmann. Hey, Kind! Es ist mir! Erinnert mich? Oh, großartig. Es ist der verrückte Lunatik. Was war das? Oh, nichts, Herr. Hey! Ich bin, du weißt... Santa Claus! Oh! Oh, ja, richtig. Santa Claus. Wie kann ich mich vergessen? Wir haben ein paar Mal gesehen, als wir in meine Beine waren, als ich schlafen war als Kind. Und dann nur noch vorhin, als du unter einer Brücke warst. Du bist richtig, Mann. Wie kann ich mich vergessen, wie du? Ho, ho! Jetzt, hör auf! Ja? Es ist ein Impostor, zu sagen, dass er mich ist. Hey! Er schlägt Menschen aus, indem er für Santa-Picture schlägt, und schlägt ihn für ihn. Das ist mein Geld! Wenn du diesen Impostor schlägst, dann kann ich das, was meine ist. Und... ...kontest dich auf die Aktion. Natürlich! Was sagst du? Was sagst du? Well, ich erwartet nicht viel in meinem Stalking dieses Jahr. Also, warum nicht als Spirit? Warum nicht? Geschenke von einem besoffenen Weihnachtsmann. Geil! Baseball-Schläger for the win! Ich könnte mich glatt ja verlieben in das Ding. Was würdest du von Santa dieses Jahr gerne? Komm, komm, komm! Steck gleich auf! Geh deine Bilder mit Santa Claus! Komm, komm! Halt die Fresse! Tag auf Christmas! Tag auf Christmas! De-de-de-de-de-de-de-de! Halt ab, die Weihnachtsmänner! Die ollen Zwerge! Klar, mach hier alles kaputt! Was erwartest du? Ach, okay. Kannst du auch was anderes sagen? Haben wir alles? Was fehlt denn noch hier? Ciao! Oh ne, jetzt muss ich mich irgendwie wieder verstecken, ja. Kehre zurück zum Bein und ja! Oh, nerven! Was? Du bist erwischt! Was? Okay. Nochmal! Ja, aber mir passiert sonst nix. Okay. Kann ich mich mal von der Polizei aufhauen lassen. Guck mal, das ist noch so ein Weihnachtsmann. Soll ich dich nicht auch verprügeln? Und das nochmal, das ist. Das gefällt mir doch. Aber irgendwie ist das ein bisschen blöd, ey. Irgendwie zeigte mir Zila, die ich eigentlich schon hatte. Hey, Kind! Es ist mir! Kann ich dich nicht überspringen? Ah, übersprungen. Na komm, ich will Krach und Action machen hier. Lass mich alles kaputt machen! Und was würdest du von Sand bis heute? Komm schon, komm schon! Komm schon! Zerstöre die Kerzen! Zerstöre die Kerzen! Achso, man sollte das glaube ich nach der Reihenfolge machen. Das ist miss... Ach, halt, ich fresse doch kleiner Wicht. Nerv nicht, du kleiner Wichtel. Ah, du machen erstmal die ganzen Kerzen hier kaputt. Der zeigt dir was an, was ich nicht mehr... ...was ich nicht mehr kann. Ach, die Burg! Wie soll ich die denn zerstören? Kann ich ja schlecht zerstören, oder? Wie soll ich das denn machen hier? Äh... Nee. Ah, doch. Das klappt immer gut, oh.